ein wunderschönen guten bonjour gewünschwenken wunderschönen neuen Fallout Shelter so oder so in English ja und ähm komm, gib Gas wir haben keine Zeit ja und der Letzter fortschreit mir so ein eländisch langes Quaskat bravo, ich wollte das weil die so lang war ähm lang, also lang die Definition das war's da ja, gell lang als definitiv war meine Definition ne, war nicht lang, die war relativ ähm, kurz mal los, hab ich noch schnell neu als U-formen ah, gut, hupp, hupp, hupp die Bärchen sind vielleicht ja fertig ziehen ich kann ja nicht ziehen äh, mach mal so so hm okay gut, und dann gib so ein Kemalow Quest schnachten ähm ich wusste ja das äh, das das ja schon du hast das grün wusste ich das ja schon ähm, ja, 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 ja ich weiß nicht ich weiß nicht, ob ihr es möcht und so hop ich vergess ja, ich hab schon so spontan gehört komm, musst, musst auch schnell aber den Dicken doch fertig ich wirst werni sagst Ja, wie man gesehen geht dazu solcher genau darum ja hop hophop doch mal hier rein dann sind wir hier auf und dann du du ja ähm schon ähm The Science of Misfits The Misfits of Science Keine Ahnung Deutsche Spezialisten unterwegs The Misfits of Science The Misfits of Misfits Guck einfach mal Ob Misfits nicht die Die Copie von Netflix Das Original Die waren schon Mutanten Muttertanten Muttertanten Ah das ist cool Wow Uh In Up Up Groot Cool The Science of Misfits Cool Serie Die Leute nicht wissen The Science of Misfits Ähm 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 Irgendwie war die erste Serie Wo die Körternich Hocksmart gespielt Wo die Körternich Hocksmart gespielt Eine Serie wo die Körternich Hocksmart Nichts 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 Ist Körternich Hocksmart Oder Reese Chano To Hat mammals gespielt Genau wie und Josh Clooney auch eine erste Rolle in Street Talk hat, was noch jemand so lebt mit Mh! Ich will es so tun, das sind alles Al-Serien, das sind alles Al-Schauspieler-A-Rinnen. Punkt. Ich will ja keine Gender hier diskriminieren. Ich weiß noch nicht. Ja. Mhm. Mhm. Seid. 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 Warte, das war gut für Buben her. Ich glaube, es geht gut, wirklich gut für Buben, aktuell. Ja, ich habe auch schon genug in der Videokette. Aber ... Mhm. Hm. Klaus kommando. Mhm. Mhm. hmm hmm walt 333 weil das am walt am walt da 333 hat doch mal ich muss nicht dort wenn ich dann dort kann ich dann dort ja die hatte ich schnell weil sie relativ low level low leverage sind in der hinsicht aber doch das geht geht fast so spinnt ach du sie waffen die brauche ich nicht ey wtf schon 3 und 3 der flaschen du wow eyja wtf ist das hier eine hinsicht sammlerei von kohle in der kohle flaschen ne dann ne 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 das je ne da ne Entschuldigung, das wird gewertet. Definitiv auch das gewertet. Es wird schon nicht gewertet, dass es auch nicht persönlich gesucht wird. Okay, ähm... Warten wir genug hier hin. Wir sehen... Wir haben keine Dome-Zone. Ähm... Lagerplatz. Mal hier. Stell ein Outfit... Oh, apropos, stell ein Outfit her. Ja. Lief direkt nach vorne. Ah, okay. Du liefst auch und du liefst auch. Okay, ähm... Outfit herstellen... Wir sammeln, so. Und noch auf... Na, komm. Hol mal deine Wäsche. Oh, sammle bei Questet. Was ist gut? Nein, ich mache das. Zuh, nur noch Grinch. Das ist nicht instant. Und das kann man vergessen. Ähm... So viel, viel Lagerplatz wollen. Ja, Lagerplatz geht. Ähm... So, wir können vielleicht auch so... So, wir können auch so beibauen. Einfach so, dass wir sie holen. Okay. Das ist ein. Zwei. Zwei. Ähm... Und... Wollen wir auch weiter bauen? Guck mal. Ähm... Wir könnten die Läsch mal nicht bauen. Und ich will es auch nicht. Weil... Falls du eigentlich in dem Auschern wiederbleibst, weil sie frei ist. Oder... Ähm... Der Roboter... Das bringt mal nicht viel. Weil dann werden wir schon fragt. Dann hätte ich kein Mr. Andy mehr. Das will ich eigentlich nicht. Ja, weil auch so weit. Das ist viel, viel Pipeln. Können dich da noch ranholen. Guck mal. Hundert, äh... Erderfeuer zuerst. Das geht. Okay. Ich habe schon die Elite nicht, ähm... Gehelt. Wo ich sie... Gehelt, wo ich sie... Gehelt, wo ich sie geschickt. Das ist die Frage, wo ich mich nur noch stellen muss. Und ich sie gehelt, wo ich sie sofort geschickt. Ähm... Hier schon mal. Ähm... Okay. Wir ähm... Ja. Im Moment lebt das hier relativ gut. Ähm... Wir brauchen... Ja, okay. Alles wird los. Handicap-Raschleut, ähm... Um die Unwut. Da auch. Aber... Ähm... Whatever. Dann... Machen wir mal hier. Wir kriegen kein Accident mehr. Wird auch gut aus. Ähm... Ich gucke schon so schnell noch die Eliten. Wie die... Wie die gerade mit ihrer Stats sind. Du lernst. Ja, okay. Sorry, wir haben die nicht zufrieden. Ähm... Ich gucke schon so schnell noch die Eliten. Ähm... Das sind... Wahrscheinlich ist schon... Schon ein paar Mal, Matthias. Das sind auch weh. Die kannst du schon rausschicken. Beispiel... Die kannst du schon... Ähm... du kommst rausschicken die okay wenn sie hier stärkt kriegen dann das sind gut dabei und rausschicken und da geht das schon okay ja aber brauchst du die intelligenz wir brauchen die nicht ja der tut man okay die brachen dann sowieso kein dinge meike locken wante joshu keller kunden kann ich hat auch hier eigentlich löscht ein schott ein schalte rupschicken und doch mir ein volles gemacht wie der da noch das bringt jetzt hier alles nicht okay der damen und die herren ich hoffe der spaß gemacht und dann ohne scherz tschüssi kowski auch von mir einen schönen have a nice day